Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist mein 13. Urlaubstag im Sommer 2019 in Kroatien und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Leider gibt es an Straßenrädern oft überfahrene Tiere, aber in diesem Fall leider diese Schlange hier, die anscheinend von einem Auto überfahren wurde. Ich glaube, es handelt sich hierbei um eine Esculapnata. So sicher bin ich mir erzbar unbedingt nicht. Aber es gab auch haufenweise andere überfahrene Tiere zu sehen, beispielsweise Insekten, gerade viele Schrecken und Grashüpfer. Die lagen leider sehr oft überfahren von Autos auf der Straße. Ja, wenigstens Phaidole und andere Ameisen haben sich darüber gefreut. Und hier sehen wir sie auch noch mal ein bisschen genauer von vorne. Ein sehr, sehr schönes Tier natürlich. Wahrscheinlich wollte sie sich auf dem Warmasphalt etwas aufwärmen und dies wurde ihr dann zum Verhängnis. Ich habe sie dann von der Straße entfernt. So, danach war ich dann noch ein bisschen Boot fahren. Wie man hier sieht, auf halbe Geschwindigkeit habe ich das hier gestellt, damit das Video auch ein paar Sekunden länger werden kann. Genau, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben uns dann mit der Steuerung immer abgewechselt und es stellte sich heraus, Boot fahren ist zumindest mit so einem Motorboot gar nicht mal so schwer. Ja, das war es eigentlich auch schon vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.